Und den gilt es jetzt hier zu töten erstmal. Ohne dass er mich tötet, Hilfe! Yo und willkommen zurück zu Craft Attack, ja? Und ich habe mir für heute mal vorgenommen, ja? Ich habe das schon mal so ein bisschen vorbereitet, hier eine sexy Brücke rüber zu machen. Ja, das kann ja nicht so scheiße hier bleiben. Und deshalb habe ich mir auch schon hier unten ein paar von diesen Stonebricks gemacht. Hier, ihr seht, ich habe schon was dabei und Zäune auch genauso. So, und das mache ich jetzt mal hier. So, diese Ankerpunkte habe ich schon mal gesetzt. Okay, so brauchen wir das ja. Hier brauche ich auf jeden Fall, weil das soll natürlich in so Stufen hochgehen später, ne? So, und hier muss ich jetzt echt aufpassen, es ist Nacht und ich bin hier auf einem Steg, der nur zwei breit ist. Das ist nicht gut. Wie viel habe ich jetzt hier gemacht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, das setzen wir natürlich von hier aus auch. So, eins, zwei, drei, vier. Machen wir direkt die andere Seite mit. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt habe ich mich blöd verzählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Acht, acht, neun, neun. Und den gilt es jetzt hier zu töten erstmal. Ohne dass er mich tötet. Hilfe. Ich habe ihn zumindest noch vor dem Fallschaden gerettet, ne? Ha, witzig. So, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Noch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Scheiße. Sind fünfzehn dazwischen. Aber gut. Der Stick, auf dem ich stehe, der kommt natürlich später weg. Ne? Ist klar, oder? So. Jetzt habe ich schon wieder keine Steine mehr. Und jetzt packe ich hier nochmal was drunter. Neun, neun und fünfzehn sind 18, 33. Also kann ich von jeder Seite, mache ich mal von jeder Seite 13. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Von hier auch noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. So. Von dem jetzt auch mal hier, ne? So, nochmal. Drei, sechs, neun, zwölf, dreizehn. So. Drei, sechs, neun, zwölf, dreizehn. Okay. So, das lassen wir so. Und von hier unten machen wir dann nochmal eins, zwei, drei, oh, drei, vier, fünf, sechs, glaube ich. Ne, sieben, acht, neun mache ich mal. So. Und von hier auch nochmal eins, zwei, drei, vier. Vier. Ich sehe jetzt gleich an der anderen Seite, ob ich richtig bin. Okay. So, hier dann auch nochmal neun, ne? So. Komm mal beim Spei. Fünf. Wieso nehme ich denn immer nur die Halm hier? Fünf, sechs, sieben, acht, neun. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Alter, das ist viel näher dran. Wie viel ist denn hier Platz? Eigentlich müssten da vier Platz sein. Ja, vier. Von hier sind es eins, zwei, drei, vier. Pass doch. Okay. Das war easy going. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier von unten noch ein bisschen drankomme. Oh, ich habe keine Schaufel dabei. Das hatte ich ja letztes Mal schon festgestellt. Da wollte ich ja eigentlich erkunden gehen, aber da hatte ich irgendwie dann heute spontan keinen Bock mehr zu. Und jetzt kann ich, guck mal, jetzt kann ich hier noch eigentlich, wie machen wir denn mal am blödsten, so. Obwohl, kann ich aber eigentlich so lassen. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So, wie sieht das da drüben aus? Ja, da ist es ein bisschen versetzt, aber ist ja eigentlich auch egal. Ist doch angepasst hier. Okay, dann erst mal wieder hier rein. Der kann jetzt weg. Dieser Steg hier. Obwohl, ich sollte hier noch überall Fackeln setzen, ne? Ich habe jetzt nicht allzu viele bei. Nur zehn Stück. Ja, ich sammle die mal noch auf hier. Vielleicht kann ich die ja so anordnen, da das reicht, ne? So, wir machen jetzt mal hier auf jeden Fall vier Stück hin. Weil hier drunter muss ja auch nicht unbedingt was spawnen. Ach, dann mache ich hier noch eine doppelte hin. Und da hinten auch noch, dann reicht halt locker. Locker reicht das. Okay, dann mal hier wieder meine alte Brücke weg. So, alles auf dieser scheiß Plattform gleich wieder. Ich pisse mir die ganze Zeit fast in die Hose, ey. Okay, aber gut, hier mache ich mal noch, äh, mal noch zu. So. Okay. Mache ich hier auch noch zu. So. Hm, ich weiß nicht, wie das aussieht dann später. Vielleicht so noch. Aber jetzt komme ich nicht mehr hier unten an mein Ding ins Rand, scheiße. Aber das mache ich auch so, glaube ich. So ein bisschen abgestuft alles hier. Oh, den konnte ich noch fangen. Sehr gut. Den auch. Ich muss nochmal hier rüber. Ich habe natürlich gerade vergessen, das hier abzubauen. Die Scheiße. Okay, hier wollte ich wieder einen hinhaben, ne. Das mache ich ja so. Du kommst weg. Du auch. Oh, scheiße, jetzt da noch einen Erdblock. Ja, den mache ich mal von der anderen Seite gleich weg. Von innen so dann. Okay, hier hacken wir den. Dann ist ein Steg weg. So, dalle. Nicht vergessen, Shift zu drücken, ne. Aber gut, jetzt bin ich schon wieder hier drin. Oh, scheiße, jetzt habe ich da natürlich vergessen, zuzubauen, den letzten. Aber egal, scheiß drauf. Ich lasse den da offen. Oh. Der darf natürlich jetzt trotzdem nicht unter mir die wegschlagen, ne. Okay, so. Den habe ich offen gelassen. Und hier ist dann der Zuhl, ne. Der erste. Oder? Welcher Höhe ist denn das jetzt? Ja, doch, der ist das hier. So. Ich sehe nichts mehr. Okay. Ich habe Angst, dass ich hier runterfalle immer noch. So. Aber hier geht es, glaube ich, auch nicht mehr tiefer, ne. Oder kommt hier gleich noch eine Schicht Schweinefamilie oder so. Nö, hier kommt nichts mehr. Das ist ja blöd. Okay, dann machen wir das hier zu einfach. So, scheiß auf Symmetrie. Jetzt gucken wir uns doch das Ganze mal von oben an, ne. Die muss natürlich auch noch ein bisschen geiler gemacht werden jetzt. So. Äh. Komme ich ja nur hier lang. Das ist komisch. Jedes Mal hier so außen lang laufen. Also das hier fällt mir ja nur gar nicht, ne. So, das machen wir erstmal auch zu mit den Steinen hier noch. Jetzt habe ich keine mehr. Mann. Ist doch ätzend. Ich brauche mehr Steine. Kann ich mir bei irgendeinem Stonebricks klauen? Mache ich aber nicht. Ich habe ja genug hier. So. Oh. Toll. Direkt einen weniger. Weißt du? Aber ich hatte ja ganz gut welche angeheizt. Und dadurch kann ich ja jetzt schön hier. Guck mal. Zwei Stacks. Das sollte reichen. Drei Stacks. Definitiv. Okay. Dann mal wieder ab zur Brücke. So. Gleich direkt hier. Hierbei drücke ich jetzt nicht Shift. Weil das habe ich glaube ich im Griff. Das Movement von ihm. So. Erstmal bis hier. Und hier kann ich dann ja jetzt direkt zurück gehen. Den lasse ich mal stehen. Vielleicht kann ich den ja gleich noch gebrauchen. Ich wollte gerade sagen ey. Da muss ich mich echt dran gewöhnen. Dass hier nicht automatisch nachliegt in dem Modpack hier. So. Wie bauen wir denn jetzt am blödsten die Brücke? auch in so einem Bogen? Oder? Nee. Ich mache hier. Hier kommt noch ein normaler. Hier kommen komplett Steine hin. Das ist am besten glaube ich. Wird am besten aussehen. So. Das ist dann quasi die Brücke hier so. Obwohl. Nee. Da kommen nicht überall Steine hin. Das machen wir nicht. Das sieht viel besser aus. So. Und die hier weg. Hätte ich ruhig so lassen können. Geht es halt darum. Okay. Dann machen wir jetzt mal ein Zäunchen hier lang. Ich glaube davon habe ich nicht genug. Für alles. Sieht hart so aus. So. 21. Den mache ich jetzt doch weg. So. Das reicht nicht. Och Menno ey. Ich mache mir jetzt einfach ein Loch in die Wand hier. So. Das ist jetzt mein neuer Eingang. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal ein paar Sticks. So. Sticks. Schmeißen wir mal alles hier rein. Schreiben kurz. WB. Wollen wir ja freundlich sein und so. So. Und dann das mal wieder hier rein. So. Den Zaun haben wir. Knallen wir direkt mal hier hin. Und hier. Hä. Ne. Da mache ich keinen Absprung hin. Wäre cool. Irgendwo noch so ein Skyjump. Von ganz oben. Da hinten drin so. Das wäre cool. So. Wie mache ich denn jetzt hier mal den Anschluss an diese Brücke. Weil die soll natürlich auch so schön sexy aussehen. Ne. Ja guck mal. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Obwohl da unten hätte ich eigentlich noch welche dran machen können. Genauso hier. Obwohl nicht. Hier passt er mit den Stufen besser. Da drüben nicht ganz so. Aber egal. Das passt schon. Das passt schon. Mit der Brücke. Das passt schon. Äh. So. Hier noch welche hin. Ne. Hier brauche ich keine. Hier habe ich noch. Oh. Ich habe kein Holz mehr. Jetzt natürlich. Geil. Ey. Ja aber ich glaube ich werde einfach hier einen rüber gehen. So. Habe ich noch irgendwas anderes zum auffüllen. Hier ein bisschen Koppel. Aber das reicht auch nicht hier die Scheiße ey. So. Ach ne. Und hier kommt ja dann Holz wiederum rein. Und hier ist die Umrandung dann. Weiß ich. So. So. So kann man den Weg ja auch da langlegen. Ne. Äh. Habe ich noch Kies im Inventar. Aber ich glaube ich mache mir dann hier Kies hin. Mache ich mal eben hier so ne. So. Eine provisorische Decke einfach aus dem Zeug. Ist ja Latten. Sieht man von oben ja eh nicht. Weil es ist natürlich cooler wenn die Brücke. Äh. Aus Holz ist und der Rest dann nicht unbedingt. Sonst. Ist halt ein bisschen einfallslos. Hör mal. Äh. So. Was wollte ich denn als nächstes mal tun? Noch auffüllen. Gravel. Ich wollte Gravel haben. Da Gravel. Gravel. Okay. Dann nehme ich doch mal den Gravel mit. Habe ich hier noch Steak? Ja. Habe ich auch noch. Steak ist geil. Ham 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 ham. Mögt ihr auch gerne Steak? Oder seid ihr Vegetarier? Dann schreibt es in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. So. Wer von euch Vegetarier ist. So wie der Simon. Der ist ja auch Vegetarier. Habe ich mal gehört. Ich weiß nicht ob es stimmt. Keinerlei Ahnung. Äh. So. Das hier alles weg. Und hier will ich dann ja nur noch so was haben. Ne. So ein bisschen Schnieke. Und ich glaube ich werde mir als nächstes. Dann mal. Ähm. Eine Schaufel craften. Und mal den Weg darüber noch ein bisschen schöner machen. Also. So kann es ja nicht bleiben. Ne. Da sind wir uns einig. So dieses Nadelöhr. Da wo mich jederzeit jemand runterschlagen könnte. Das ist nicht fein. Äh. So. Eine Schaufel. Hier sind noch Dias. Stöcke habe ich. Stecken wir einfach mal diesen riesigen Dia da vorne dran. So. Lassen wir auch hier. Und dann haben wir schon eine Schaufel. Äh. Das packen wir alles mal hier rein. Brauche ich nicht. Die Schaufel doch. Okay. Damit hätten wir ja schon mal ganz gut was. Ich kann die Schaufel ja noch verzaubern. Wenn ich jetzt eh gerade ein paar Level habe. Was geht denn hier drauf? Auf die Schaufel. Unbreaking 1. Toll. Hm. Nö. Oder? Verzauber ich die mal doch. Ach scheiße. Ich klicke auf 1. Lol. Lol. Ich wollte eigentlich auf die 3 klicken. Weil die vorher schon da war. Eine Level 1 Verzauberung. Geil. Efficiency plus 1. Ganz tolle Leistung. Ted. Ganz toll. Hast du das halt wieder gemacht. Ey. Äh. Okay. Aber rüber ins neu gewohrene Land. Und auch mit neu gewonnener Sicherheit. Durch diese awesome Brücke hier. Also ich finde die wirklich klasse. Ich weiß ja nicht wie ihr das findet. Aber. Ihr sagt jetzt ein bisschen. Die ist voll scheiße. Mach euch 100 mal besser. Ja. Dann könnt ihr mal ein Video machen. Und mir zeigen wie ich eine geilere Brücke baue. Würde mich mal interessieren. Wie man vielleicht eine coole Idee hat. Noch. Ich meine man könnte auch so eine Hängebrücke bauen. In so Abstufungen. Aber. Das finde ich nicht so. Irgendwie. Das ist nicht so mein Style. Geil. So. Hier kann ich jetzt nicht mehr auffüllen. Das ist natürlich schlecht. Was habe ich jetzt noch bei? 25 von den Steinen nur. Damit komme ich aber nicht weit. So. Gucken wir mal wie weit wir damit überhaupt kommen. Also bis hier ungefähr auf beiden Seiten. Das mache ich mal eben. So. Ja. Nicht der letzte Abgrund ist auf einmal. Okay. Den Rest füllen wir aber trotzdem schon mit Gravel auf. Dann muss ich gleich mal. Offscreen noch ein bisschen. Koppelbacken und so. Aber hier wollte ich ja doch gar nicht hinhaben. Hier wollte ich dir auch den Weg eigentlich darüber legen. So. So wollte ich es doch. Hey. Nicht anders. Ne. Wie meine Freundin immer sagt. Nicht anders. Aber ich sag mal. Ich werde gleich noch ein bisschen Cobblestone backen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschüss.